Guten Abend für die bisher schon Eingetroffenen. Wir beginnen jetzt mit dem Kulturprogramm. Wir haben heute einen Vorgestein unserer Bewegung, das ist Hopper Klaus. Manche werden ihn kennen von Demos, in denen er mit seinen mobilen Disco-Einkaufsfragen hier unterwegs war. Und unter anderem wird er den Juchten-KV-Horror. Frank, singen. Hopper Klaus. Hallo Nachbarn. Hallo Auswärtige. Hallo Aktive. Hallo Passive. Hallo Gegner gegen S21. Hallo Befürworter für K21. Hallo Leser, Briefeschreiber. Hallo Frühstücksblockierer. Hallo Jugend. Hallo Senioren. Hallo Demoanmelder. Und hallo Passante. Mein Name ist Körperklaus. Seid ihr gut drauf? Ja. Ich kam hierher mit der Bahn, hab mir als echter Sport kein Ticket gekauft, denn ich wollte ja Geld sparen. Doch wie wir euch vorstellen können, mein Plan ging nicht auf. Ich wurde kontrolliert und regte mich richtig auf. Jetzt bin ich schon gespürt. Nun regte ich dich auf. Ja. Oh, oh. Mit der Bahnfahrt, mit der Bahnfahrt, mit der Bahnfahrt, Schachtfahrt, mit der Bahnfahrt, Adrenalin und qualmende Socke, wenn die Kontrolle rekommelt, muss ich richtig kontrollieren, wenn sie nicht kommen, habe ich Kette-Pattern-Roll, und wenn sie nicht packen, wird es richtig teuer. Mit der Ausschusssicherheit, also auch durch die Mitte, mit der Bahnfahrt, mit der Bahnfahrt, Schachtfahrt, mit der Bahnfahrt, mit der Bahnfahrt, mit der Bahnfahrt, mit der Bahnfahrt, Schachtfahrt, mit der Bahnfahrt, an alle Kontrollette ist ihr da draußen, ihr habt gerade einen Job und könnt nicht mal schnell laufen, ihr seht alle gleich, die Marionetten passen ihr euch nur, und egal, ihr deckt. Mit der Bahnfahrt, mit der Bahnfahrt, Schachtfahrt, mit der Bahnfahrt, mit der Bahnfahrt, Schachtfahrt, mit der Bahnfahrt, sagt, geht der Bahnfahrt, mit der Bahnfahrt, mit der Bahnfahrt, sagt, Schachtfahrt, 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 Sch Dankeschön. Meine Freundin. Mein Name ist Körperklaus. Wollt ihr noch mal, du dürftest klatschen, das ist nicht so. Eventuell habt ihr auch so einen Brief bekommen, wegen dem Freudensfest da drüber an der Grundwasser-Manipulationsanlage. Wollte ich nur sagen, seid nicht ängstlich. Ihr röffnet die Suppe aus. Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Wenn ich sag nur Lumpen, sagt ihr Pumpen. Nur Lumpen. Nur Lumpen. Nur Lumpen. Nur Lumpen. Nur Lumpen. Nur Lumpen. Wenn es mal richtig stresst und ich meine Vorkamen nicht bezahlt habe, dann brauche ich einen Rechtsanwalt. Einer, der mich da rauspust. Einer, der mir hilft, wenn es mal gut und nicht am Ende des Tunis gibt. Wenn es mal richtig... Jetzt hab ich da eins jetzt gepasst. Kann ich grad noch mal nochmal machen. Jetzt war ich so verwirrt weg meine Sonnebrille. Das ist überhaupt Peterle. Das Peterle hab ich heute mitgebracht, damit er all das durch den Spitz denke. Im Amt-O-Nein, der hat auch nicht sehr so Augefraubt wie dich. Jetzt probier ich das gerne. Und es ging's ja schon. Wenn es mal richtig galt, empfehle ich den Rechtsanwalt, 60 galt, wenn ich nicht jemand anwalt. Wenn es mal richtig galt, empfehle ich den Rechtsanwalt, wenn es mal richtig galt, wenn ich jemand anwalt. Ob Sommer oder Winter, ob warm oder kalt der wo immer will, ist mein Rechtsanwalt, ob Deutschland oder Schweiz, ob See oder im Wald der wo immer hilft, ist mein Rechtsanwalt, Ob Urkundenfelschen mit Schwindlicht bezahlt der wo immer hilft, ist mein Rechtsanwalt, ob AED oder WEICH, ob Jung oder Ali, der wo immer hilft, ist mein Rechtsanwalt Insmal richtig, ich schneide für mich, viele meine alte 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 ... Wenn's mal richtig klein, wenn ich jemand anwalt, zieh Ärger heran, bis er wird Schokoman und macht den Richter zur Achterbahn. Was auch für ihn spricht, ist die Schweinepflicht, er weiß alles, ob er ablappert nicht. Reich wird er nicht mit zur Fälle, wie mich als Klientin, die geben höchstens paar Spindeln, alles in allem einen Lieblingsstand. Grüß ich jeden, wie ich aus meinen Richtern sein, wenn's mal richtig klein, wenn ich jemand anwalt, wenn's mal richtig klein, wenn ich jemand anwalt. Wenn's mal richtig klein, wenn ich jemand anwalt, wenn's mal richtig klein, wenn ich jemand anwalt, ob Hausdurchsuche oder Lauschangriff. Erich, ihr sagt, hab ich vorbein im Schiss, ob sie oder er, ob die Dicke in Paris, draußen sitzt der Brille und raucht bei der Pies, ob Adi aus der Bahn oder Horst aus dem Tal. Für mich ist kein Mensch illegal, ob Knast, Piso hat oder U-Haft, mein Anwalt meint, wir können uns alles abschauen. Wenn's mal richtig klein, wenn ich jemand anwalt, wenn's mal richtig klein, wenn ich jemand anwalt, wenn's mal richtig klein, wenn ich jemand anwalt, wenn's mal richtig klein, wenn ich jemand anwalt. Werft die Medien in die Luft, das ist wichtig für uns. Von links nach rechts geht alles her, wenn ihr kein Anwalt braucht, freut mich das sehr. Werft die Medien in die Luft, das ist richtig gut. Von links nach rechts geht alles her, wenn ihr kein Anwalt braucht, freut mich das sehr. Werft die Medien in die Luft, das ist richtig gut. Von links nach rechts geht alles her, wenn ihr kein Anwalt braucht, freut mich das sehr. Werft die Medien in die Luft, das ist richtig gut. Werft die Medien in die Luft, das ist richtig gut. Werft die Medien in die Luft? Ja, vielen Dank, vielen Dank, am Körper Applaus, ein schwäbisches Urnstein. Ich esse mal eine ganz tolle Einstellung, wir haben die heutige Demo.